What up Leute, oh mein Gott, es geht jetzt nach Griechenland. Mein Kollege wartet schon unten auf mich, hier steht schon mein Koffer. Alles ready, ich gehe jetzt auf jeden Fall los. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich im Flugtag bin oder am Flughafen. Ist klar, ich richtig geil Profilreise mit meiner Klasse. Es wird richtig geil, man. So Leute, wir sind jetzt hier am Flughafen, haben jetzt eingecheckt. Da vorne chillt noch irgendwo unsere Klasse. Und, ja man, keine Bombe am Start gewesen. Es geht. Guck mal den an. Es geht. Ja Jungs, wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder im Flugzeug. Ab geht's ins Flugzeug. Wir sind jetzt hier in diesem Gang. Was los, Mann? Jetzt geht's nach Griechenland hier. Raus aus dem Flugzeug. Überhaupt nicht. Geiles Wetter in Griechenland. Jetzt bist du hier mit dem Bus hier. Zum Dingshaar. Oh, Mann. Was ist los hier? So Jungs, wir sind jetzt im Hotel hier angekommen. Guck mal da hinten so ein fresher Pool. Hier hinten sind irgendwo unsere Räume. Wir gehen jetzt erstmal schön einchecken. Hier noch voll der Koffer am Start. Und dann mal sehen. Drei Pools soll es hier geben. Fresche Zimmer und so weiter. Alles nice. Komm, wieder guckt. Da ist meine Klasse. Die Hassliegen. So, wir sind jetzt hier beim Pool. Auf richtig entspannt. Griechen wir mit Freizeit. Einfach entspannt. Chillen hier. Jungs, das ist kalt. Guck mal, VIP für uns. Extra hier so eine... Ey, er springt rein. Er springt rein. Der macht ehrlich, Digger. Jungs, die, der springt einfach rein. Ist kalt. Oh mein Gott, ist kalt. Jungs, wir gehen jetzt erstmal ins Wasser. Hier sind noch ein paar Leute aus meiner Klasse drin. Drei Mädchen. Wir gehen jetzt auch rein. Hier, zack. Mit GoPro. Wir gehen jetzt rein. Warte, ich habe noch rein. Warte, ich habe noch rein. Warte, ich habe noch rein. Guck mal, die an da im Wasser. Chillen die. Auch richtig nass. Ey, guckt euch das an. Meine Haare, Digger. Broke as fuck. Egal, jetzt geht es wieder ins Wasser. Ich spring mal kurz rein hier. Smackcam, Jungs. Guck mal. Wir geben denen jetzt so eine Smackcam. Passt auf. Guckt euch das an. Okay, okay. Okay, okay. Wir gehen jetzt rein. Okay. Okay. Ganz schön. Wo war das? Das ist das? Oh, Jungs. Ah! 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 Ich bin aber auch voll geworden. Guck mal, bei der Fresse. Digger. Wie hast du die gegeben, Mann? Alles voll. Alles. So, Leute. Wir sind jetzt auf dem Olymp. Das ist so ein Riesenberg in Griechenland. Guckt euch das mal an. Zack. Einfach ultra riesig. Und wir müssen da ganz hochlaufen. Halt dein Maul. Auf jeden Fall wird das eine ganz anstrengende Dings hier. Ja, vielleicht sehen wir uns heute Abend, wenn da noch was passiert. Hier, Naturschutzgebiet am Start. Wo ist das? Was ist das? Was ist das denn? Guck mal, hier schaukeln und so. Ja, Mann. Wir sind gerade auf dem Olymp. In diesem Berg drin. Einfach reingegangen. Oh, was? Unsere Lehrer rasten schon aus. Aber wir wollten hier kurz gucken, was hier so abgeht. Hallo, Wax. Hallo, Mann. Schlagen und so sollen hier auch am Start sein, deswegen. Ich verpisse mich mal lieber ganz schnell wieder. Schlage, 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 schlage. Guck mal, wir sind in einer Wolke drin. Guck mal im Hintergrund. Einfach in einer Wolke drin. 2800 Meter Höhe. Auf dem Olymp. Smackham Mama 2. Ich weiß. Ey, die dürfen nicht schweigen. Smackham Nummer 2 jetzt am Start. Wir rufen jetzt gleich unseren Kollegen hierher. Er weiß von nichts Bescheiden. Nein, Leute. Guck, guck, schuppen. Wacht mal. Schau dich, ey. Was? Boah. Aber du hast mir gesagt. Was ist da? Nichts geht. Was denn? Wir gucken hier an. Ey, hör auf. Ey, was macht ihr denn, ey. Ja. Er ist mir gepennt. Wieso habt ihr dich gemacht? What the fuck? Er war mir immer so. Bro. 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 Junge. Guck, ich hatte. Warte. Schuhe, Digga. Wir sind Haugen. Wie warst du? Oh, Schuhe, Digga. Ey, Jungs, Digga. Hat irgendwie gepennt, aber dann irgendwie doch. Keine Ahnung. Okay, zweiter Prank gewesen. Da kommt noch ein bisschen mehr. Tschüss, Junge. Schön, schön. So, anstatt duschen zu gehen, will er jetzt einfach hier im Pool springen. Mitten in der Nacht. Wie viel Uhr ist es jetzt? Ein Uhr morgens oder so? Ja, auf jeden Fall ist es verboten. Ja, verboten. Und er springt jetzt einfach rein. Gönn dir, Bruder. Gönn dir. Oh, er macht Luftrolle sogar. Tschüss. Tranker Typ, auf jeden Fall. Er ist wieder sauber. Clean. Ja. Geh rein, Junge. Geh rein. Okay, wir sind jetzt hier in der griechischen Stadt. Richtig nice Wetterabstand. Übertrieben. Sonnenbrille muss auf jeden Fall sein, auch wenn es scheiß aussieht oder auch nicht. Keine Ahnung. Ja, wir chillen jetzt ein bisschen. Gehen gleich noch ein paar Geschäfte rein. Die sind da hinten irgendwo. Oh ja, man. Läuft auf jeden Fall richtig gerade. Hier, hier. 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 Wunder! So, wir sind jetzt hier am Strand. Am Start. Guckt euch mal das Wasser an. Guckt euch mal dieses kranke Wasser an. Boom. Man kann einfach bis zum Boden durchgucken. Ultraneis, das Wasser. Ultraneis. Ey, fuck! Ich bin im Wasser drin. Iiiih, Digger! Iiiih! Wann an! Wann Feuerzeug und Deo? Wir haben Pissler das auf uns geschmissen. Oh, ess lieber, ess lieber, ess lieber. Iiiih, er geht in ein Bett rein. Feuerzeug, Feuerzeug. Wo ist Feuerzeug? Junge, er geht in meine Tasche! Schnell, schnell. Jungs, wir können gleich. Nicht, klar, klar, klar! Warte, warte, warte! Okay. Iiiih! Ey, die Menschen hier sind einfach so behindert. Eine letzte Smack-Camp muss sein. Jetzt wird ein Mädchen aus unserer Klasse nochmal schnell geprankt. Kurze Smack-Camp. Wir gehen jetzt zum Frühstück. Der letzte Tag. Wir müssen gleich abreisen. Und davor nochmal BAM in die Fresse. Wir beide machen das. Er nimmt auf. Ja. Wie? Dünnchen ist es so. Tiefsnackgang Mask. Warte rein! Ja, bin ich unten! Drei! Alle, total! Alle! Ah! Nummer 4! 3! 1! So Leute, jetzt geht's zurück nach Hamburg, Vlog ist vorbei, ich hoffe es hat euch gefallen, wenn es ist, dann gebt mir noch einen Daumen hoch, hier ist unser Flieger, den gönnen wir uns jetzt noch mal ein bisschen, und ja, wie gesagt, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, ganz smacking, ist so witzig, wir konnten nicht so viel aufnehmen, weil wir viel aufs Ausflügen und so waren, ich bin raus Leute, Peace!